Hallo, 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 Wallachers, Star Wars Battlefront. Willkommen da zu einem kleinen Gefecht. Ich wollte mit Schrott machen, aber bei der Map gibt es keine Schrott, beziehungsweise ist die Schrott scheiße, deswegen wieder den normalen E-E-E-E-3 oder wie heißt der? Wir sind wieder am Start. Deathmatch ist Team Deathmatch, beziehungsweise, ja, Team Deathmatch halt. Gefecht. Erst mal eine Raketenmärme gewöhnt. Und mit Raketenmärme verläuft es. Die Web ist so unübersichtlich, ich muss erstmal halt gucken, wie man hin muss. Dankeschön. Das war ein Gegner. Sehr gut, tot. Da bin ich, ach da, ich auch war. Wir liegen in Führung, sehr gut. Sehr gut. Ich habe meinen eingebauten Wallhack am Start. So, Gegner, Gegner, ich war zum Übermutschlitz. Aber ich sehe keinen Gegner. Gegner. Wer schießt auf mich? Das ist doch ein freundlicher Beut, der auf mich schießt. Ach, fuck. Oh, er hat mir gut gegeben. So ein grüner wieder. Kassel, die grüner. Ah, der D-Elfin geht sich. Na klar. Ich freue mich, wenn ich ihn habe. Oh, ist da knapp. Fuck, was war das denn? Zielschuss? Warum trifft mich der Zielschuss? Ich war doch hinter so einem, so ein Stück Grashaufen, Kacke. Ich war doch hinterm Hügel. Wie kann mich ein Zielschuss treffen? Der hat doch an. Weiß ich nicht. Ich bin extra, ich habe mir erst so gebuckt, damit er mich nicht treffen kann. Aber schon hat sich gereicht. What the fuck? Von allen Seiten. Hinter mir auch noch. Von allen Seiten. DL-44. Na klar. Ich wette, dieses ganze Spiel werde ich nur vom DL-44 sterben. Das kann ich jetzt schon sagen. Ganze Spiel besteht nur aus dem DL-44. Ganze fucking Spiel. Wenn ich meinen Schütz aufgestellt habe, konnte ich nicht sofort schießen. Egal, Hacke, reif ich ihn. Easy. Easy peasy. Der Laris ist am Start. Sind die Gegner's? Sind die Gegner's? Gegner zum Wegnatzen? Ich habe Bock zu töten. Wo seid ihr denn? Lasst mich töten. Es ist doch schön. Ich dachte, wir sind da. Zu viele. Ich hatte Angst, zu viele. So, einer weniger. Wo ist der Rest hier gelaufen? Da ist jemand in den Baum reingeballert. In den Baum. Ich warte auf ihn. Siehste? Ah. Der Kedatzt. Der gehört ja zu mir, der hier auf den Baum gegangen ist. Gehört der auch zu mir? Nein, das ist ein Gegner. Okay, der gehört zu mir. Mein Teammate. So. Das OP-Schild. Da steht ein Geschütz. Aber keiner drauf. Wo? Wo? Da. Lalalalalalala. Hab ich gar nicht gesehen. Hinstellen die Scheiße. Brauchen wir nicht weg damit. Bisschen Roboter. Hinten ihn. Sehr gut. Kritischer Treffer. Leute, kritischer Treffer. Irgendwo hinter mir war auch einer, der gesagt habe ich geschossen hat. Irgendwo war jemand hinter mir. Da ist doch nicht wo er hin ist. Oh, da. Okay. Er wurde weggetötet. Er ist weggeschnetzelt von dem... Von dem Luftrotz hier. Da war was Blaues. Oh, so mit Gott das zu mir, Alter. Oh, da war jemand. Hab ich nicht gesehen durch der Brauchwolke. 10-4, läuft von mir. Oh, ich hab ihn in DL-44 getötet. Geil. Alter, durch diese Scheiß-Granatenrotz da, beziehungsweise durch die Explosion, diese implale, implosen Scheiße, habe ich halt nicht gesehen, wo der war. Weil zu viel Rauch da. Dann geht er hier. Gibt's da gar nicht. Geh weg mit einem DL-44. Mann, ich hab ihn gut getroffen. Er geht auf 16 runter. Ah, das ist ärgerlich. Wenn man so steht, ist echt ärgerlich. Ich hatte gerade eine gute Serie. Dann hält er dieses fucking Schild. Oh, nein. Oh, shit. Shit, 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 shit. Von hinten. Da kassier ich. Oh, Mann, ich hab gar nicht so gut gespielt. Jetzt konzentriere ich wieder, reise ich wieder zusammen und zeig mir, was du kannst. Das Match ist deins. Ich bin echt gut im Deathmatch. Ohne Wins, ich glaube, ich sollte Crop Tiki spielen. Äh, nein, hab ich nicht gelacht. Lol, was war das? Da war eine Annäherungsrolle. Wir sind beide reingelaufen. Mann, sind wir gut. Mann, sind wir geil. Ich war 11-4, bin ich 11-7. Alter, wie schlecht ich gerade bin. Wir führen. Das ist schon mal geil. Wir führen sogar sehr krass. Dieses fucking Schild schon wieder. Komm her. Denk fest an der Wurzel. What the fuck? Das war traurig. Das war traurig, aber wahr. Ei, 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 ei. Gerade noch so mit dem Hit bekommen. Lalalalalalalal. Hier ist Paddy drin. Hier ist Paddy. Paddy in the USA. Ich werde jetzt auch tot. Ein DL-14, das sehe ich doch. Alter, krasser Boy. Wird nicht mehr auszureich. Was ist noch irgendwo jemand? Wird dabei jemand? Hört euch gesehen. Kurz Auge hier. Wunderbar, weiter geht's. LOL. Ich dachte, er wäre vor mir. Ich habe ihn die ganze Zeit gesucht. Oh, laut Map war er vor mir. Und dann kommt er aber rein und gibt mir erst mal die Nahkampf ins Gesicht. Ich bin trotzdem noch. Ich muss erster werden, diesen Map. Ich muss erster werden. 15, der einer hat 16 Kills. Ich habe noch Punkte. Trotzdem, ich muss noch Kills holen. Kills, 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 Kills. Schnell, 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 schnell. Fuck, der bewegt sich so komisch. Huren. Das ist Roboter. Dankeschön. Ja, ich achte doch auf Rebellen. Meiner. Kills, 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 Kills. Das sind zwei. Ah, da fangen sogar drei. Fuck, 17, 10. Der hat 16. Der hat auch 16. Oh, oh. Schau, wir nehmen gerade eine Minute und die locker auf. Müssen ein paar Gegner finden. Oh, oh. Bin ich hier, ganz weit oben. Über den Wolken. Ei, ei, ei. Sieg. Oh, sehr geil. Ich gehe mit 17 raus. Und mit den meisten Punkten. Sehr gut. Gute Runde. Gute Runde von mir. Gute Runde. Sehr gut. Habe ich schon den gemacht? Gute Runde. Wow. Meisten Kills, 17. Der Zuschauer-LP. Tatsächlich. Und die meisten Punkte müssen da auch stehen. Alter, wie schnell man Ränge macht. Krass. Wir könnten nach der Runde Rang 20 sein. Wenn wir jetzt eine gute, wenn wir jetzt eine richtig gute Runde hinlegen, wir machen ja noch eine Deathmatch, könnten wir echt Rang 20. Die Map ist anders, aber ich muss trotzdem den. Ich muss den lassen hier. Also ohne Scheiß, der hier, der hier, der EE3 ist richtig geil. Und der nächste wird wohl der DL44, den ich nehme. Mit Level 25. Ist halt noch ein paar Level. Los geht's. Komm, 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 komm. Spiel startet. Oh, was will ich rein? Beitritt läuft. Okay. Wir sind eine schwarze junge Lady. Warum auch mal schwarz, egal, passt. Farbig. Schwarz darf man nicht sagen. Los geht's. Starten. Ab geht die wilde Fahrt. Ist eine geile Map. Die Grafik ist ja eh topner bei diesem Spiel. Top, die Wette grillt. Sieht ja phänomenal geil aus. Von daher passt es. Los. Give me. Oh. Entschuldigung, ich habe nur die Sounds drin. Die Sounds von Shakes and Pidget. Beziehungsweise meine Tasten. Deswegen konnte ich nicht Boom machen. So, los geht's, Jungs. Ich glaube an uns. Das Ding werden wir jetzt hier schaukeln. Kurz die Scheiße abscannen. Gegner hat es nicht da. Er war doof von mir. Müß ich weiter hinten machen. Das abscannen. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Ah. Infrarot geschützt. Und ich habe keine irgendwie Panzer, sich, Panzerscheißen hier am Start. Die haben wir mit ihnen komisch beschillt. Das ist total nervig. Ich wollte mal weg machen. Oh Gott. Oh Gott. Sehr gut. Wo sind die Gegner? Oh. Oh lol. Oh je je. Oh da will ich hin. Oh lol. Wir haben unseren Vorteil verloren. Leute. Wir sind einfach hinter dem Spawn. Ich habe viele Leute da getötet. Ich muss halt weg wegen die Luftscheiße da. Beziehungsweise der Luftschlag. Und dann bin ich einfach hinter den. Läuft bei mir. Läuft bei mir. Easy. Kein Ding für den King. Weiter geht's. So. So schwarz ist mir egal. Wie er weggeflogen ist. Oh. Oh jetzt hat er mich nicht bekommen. Er hat aber einen DL-44. Er spielt scheinbar schon sehr lange. Er hat einen schwarzen Trooper. Aber kassiert richtig von mir. Tja. Das ist dann wohl. Es gibt ja Menschen die haben Skill. Und es gibt halt den Kollegen hier. Läuft. Gut aufgeräumt. Gut aufgeräumt. Bislang. Gefällt mir. Ich muss wieder rein. Nahkampf. Nahkampf ist gern mit der Waffe. Die Zahl wäre zu überlegen. Das war auch wieder der Freund. Ah. Shit. Meine Waffe war überhitzt. Aber ich habe ein paar mitgenommen. Mit der Granate. Ich habe auch noch welche bekommen. Weiß ich gar nicht. DL-44. Oh Gott. Das macht mich noch nicht so scharf auf diese Waffe. Ich will die jetzt auch haben. Einen fucking DL-44. Einfach nur weil es geil ist. Ich will auch einen DL-44. Der DL-44. Blablabla. Und der Kollege schon wieder. Fuck. Da habe ich nicht gesehen. Ich glaube der Ehrgert sich gerade richtig. Ich glaube der Ehrgert sich richtig, dass ich die ganze Zeit töte. Ich glaube der Campob mehr. Aber ich bin gerade auch nicht gut. Ich sterbe die ganze Zeit sofort. Ich nehme einen Kill und sterbe. Das ist nicht geil. Ich muss nicht mehr aufpassen. Wenn ich ins Loch fallen, dann kriege ich weiter der Bitch. Da kommen die bösen Würmer raus und frayen ein. Ja, der gehört zu mir. Entschuldigung. Ich gehe mal aus und versuche die von der Seite zu snacken. So, immer schön die Augen aufhalten. Wo Gegner sind. Fuck. Der Alf. Da sind mehrere mit so einem schwarzen Ding dabei. Aber sie haben erst einen DL-44. Heute ist es die ultimative PvP-Waffe. Nein. Oh, also da ist ein Wurm drin. Der frisst mich. Das ist die ultimative, wie heißt das hier, Deathmatch-Waffe. Gefecht-Waffe. Weil die halt so viel Damage rausdrückt, dass die Waffe mit dem meisten schaden. Und deswegen ist sie so geil. Viele beschweren sich ja schon. Ich habe viele andere Let's Plays auch gesehen von dem Spiel. Beschweren sich viele. Von wegen, warum es die Waffe überhaupt noch gibt. Weil die viel zu stark ist. Lol. Ich konnte mich gar nicht bewegen. Bin ich gerade darunter geslidet? Ich konnte mich nicht bewegen. Ich weiß nicht, wieso. Es ging nicht. Ich konnte mich nicht bewegen. Viele haben sich beschwert und viele sagen, ja, das ist total kacke. Die DL-44 ist für einen Rotz. Das haben wir nur Scheiße und die macht das Spiel kaputt. Kann ich noch nicht sagen. Wenn ich es da haben, werde ich sehen, ob die echt so stark ist. Ob ich dann noch mehr Killzum mache, weiß ich nicht. Boah, ich laufe heute noch rein, ne? Das hat so von mir. Ich laufe noch rein. Ich sterbe gerade viel zu viel. Das gefällt mir nicht. Ich bin auch unkonzentriert. Ich laufe die ganze Zeit nur rein. Und versuche, welche zu tun. Ihr seid bleibt Ihnen nicht mehr. Jetzt sind wir im Vorteil. Jetzt sind schon die ganze Zeit im Vorteil, mein Freund. Ich bin auch nicht in die Granate reingelaufen. Wenn ich rausgelaufen hätte, hätte ich die Ziel-Suche getroffen. Bin ich wieder reingelaufen und hat mich die Granate gequält. Egal, passt schon. Nein, ich gebe es noch. Boah, der Wurm. Oder ist das Säure drin oder ist das ein Wurm? Ist das ein Gegner? Das ist ein Gegner. Ja, la, 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 la. Der IPC hole mich doch ein, wenn es so weiter geht. Nehmen wir hier viele Kills hier. Nehmen wir viele Kills. Los. Ich laufe wieder rein. Alter, bin ich scheiße gerade. Sorry, Leute. Ich spiele einen Scheiß und bin trotzdem Erster. Da sieht man gerade, das Niveau ist wohl nicht... Ich freue mich oben mit Pumpen. Egal, ich habe die meisten Kills. Eieieiei. Trotzdem. Nochmal wieder Platz 1. Meiste Kills. Müsste ich haben. 0-11. Sehr gut. Ja, wieder Meiste Kills. Wunderbar. Das waren zwei Runden Deathmatch. Hat euch gefallen. Oh, der hat ein geiles Bild. Dieser meiste Kills. Dieser IBC. Ein Sturmtrupp als, ähm... Als Lego-Männchen. Sehr geil. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like. Da würde mich freuen. DL-144. Ich komme. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Und... Tschüssi.